Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Wunder, wunderschön anzusehen sind sie. Die Sonnenaufgänge im Frühherbst, ganz, ganz toll, ganz großes Kino. Allerdings gibt es eine kleine Einschränkung. Ich sehe sie selten. Das liegt ganz einfach daran, dass die Morgendämmerung jetzt so ungefähr um 6.45 Uhr ist und eine halbe Stunde später geht dann die Sonne auf. Ja, und um die Zeit bin ich dann schon beim Frühstück, bei der Arbeit, wie auch immer. Heißt auch mit anderen Worten, mit Herrn Muck bin ich jetzt wirklich eigentlich immer mit Stirnlampe im Stockdust dann unterwegs. Da gibt es nichts zu filmen. Letzte Woche zwei kleine Ausnahmen, die zeige ich super, super gern. Einmal Sonnenaufgang und einmal haben wir tatsächlich so die Morgendämmerung mitgenommen. Also ich habe sie gefilmt und Herr Muck und ich haben die genossen. Und ich finde, wenn man die Bilder hier sieht, dann sieht man, boah, ganz, ganz fantastisches Licht. Super, super schön anzusehen. Hier mal einen Blick so auf den Kartoffelacker. Also da sieht man auch, ist bald dran. Kartoffeln werden bald geholt. Und jetzt so die Morgendämmerung finde ich auch fantastisch schön. Also super, super schönes Farbspiel. Ja, einfach nur zum Genießen. Mega, mega toll. Und mit den Bildern sage ich auch schon liebe, liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Alles Gute, bis denn und ciao.